In einer weiteren Runde TETT mit den üblichen Verdächtigen, also reiner Zufall, Flo, Emory, Ryan und Epps noch dabei. Younger Traitor. Ja, weil in der Vorbereitungszeit das auch so gut funktioniert. Ja, er ist das. Wage ich doch, er ist Traitor. Ja, Epps, 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 Epps. Ja, genau. Ich bin Traitor. Ja, klar. Aber du weißt wen, ne? Reiner! Ja, ich stehe hier in der Eingangshalle. Los, mach es. Danke. Wer war das? Das war die Golden Gun. Nein, ich meine hier, die Traitor fallen. Ach so. Warte, da ist Eike. Du vielleicht? Ja, ich tess dich. Ich hab da nur auf den Knopf gedrückt. Ja, das ist... da. Du Ficksal. Okay. Alter, bestraft, Alter. Boah, ich hab so gehofft, der Dete sagt, oh, und das war auf jeden Fall Reiner, der stand direkt davor. Nee, ich wurde hier mit der Golden Gun abgeknallt. Boah. Scheiße, ey. Okay. Das hast du gewonnen. Schlecht dazu bin ich rein, gerade mit der Deagle abschießt. Oh. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ich besorg mir jetzt erstmal ein Messer. Ach, ich hab schon die... Die hat auch gesagt, ne? Da ist der Puff kaputt. Der arme Puff. Ja eben, deswegen singe ich ja jetzt. Mir tut auch leid. Die so sehr und nicht das. Ah, ich bin Inno. Juhu. Ach du Scheiße, das schon wieder. Oh nein. Das ist euer Ernst? Mann, ich hab mich grad gewunderlich so, ich wollte doch umdrehen. Also dafür muss ich euch jetzt alle töten, ne? Ist euch klar. Ja, ich töte auf jeden Fall Andrew, weil er's gemacht worden ist. Young... Young Goal. Äh, Goal. Hast du gerade Girl gesagt? Nee. Young Goal. So gold wie die Ziege. Ach, Goal. Ah. Okay, das passt aber auch zu dir. Also von daher... Das ist jetzt nicht so. Hast du grad als Ziege beleidigt? Ja. Nein, ich habe DICH Ziege beleidigt. Ich hab nicht DICH als Ziege beleidigt, ich hab nicht DICH als Ziege beleidigt. Hast du jetzt grad... Hast du jetzt dann gesagt, du hast die Ziege auch noch mit Young beleidigt? What the fuck? Was war das denn? Wer war das denn? Äh, wieviel Ziels haben wir? Okay, ich würd sagen, du bist das, ne? Bin ich? Ja, dann mach mich weg. Warte. Andere Richtung. Okay. Du weißt es nicht. Ja, was nebenbei nicht, Mensch? Das ist wie gesagt die Frage, wieviel Tests betont ist das eigentlich? Ähm, Buggy? Die G-Hard sollst du am besten in der Nähe vom Gegner benutzen. Hahahaha. 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 Nice. Ja, da hat der DTS... Ja gut, der hat nicht wirklich viele Lebenspunkte gemacht, aber er hat mich getötet. Kriegt der mich immer noch mit nem Headshot weg? Aus Gründen, die ich nicht kenne. Hahahaha. Weil ich nichts gemacht hab. Naja. Du, du standst halt daneben. Punkt. Du, du standst halt daneben. Da haben wir's nicht gemacht. Das war obvios. Hat eine Sekunde lang nichts gemacht, genau. Ja, die sind halt irgendwie gestorben und ich weiß auch nicht wieso. Weiß, und dann lauf ich auf einmal auf die Bahn, sehe der Buggy am Ende stehen und er explodiert einfach selbst. Wuh! Oh Gott. Oh, okay. Da ging die Tür auf. Puh. Aber es war der Date. Alles gut. Geh mal weg vom Fass. Ja, mach ich. Bleibs, das ist nichts, ne? Hast du nen Gefallen so nem Fass? Ich weiß. Ich merk's. Davon ist noch nem Fass. 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 Ja, ich kann's auch nicht besser. Es sind ganz viele Fässer. Bin beim Floh. Oh, ja. Hier. Nicht schon wieder, ne? Ich knell dich dann halt dafür ab. Es tut mir leid. Oh Mann. Okay. Obwohl, es ist dein Karma, nicht meins. Scheiß auf das Karma, ey. Oh, 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 oh. Scheiß auf das Karma. Young Green wurde gekickt vom Server. Hey, der war nicht schlecht. Hast du hier hinten ge... Der war nicht schlecht. Wow. Warte, ich kann das besser. Alter Strike. Respekt. Respekt. Respekt vor dieser Nerven. Was ist denn hier los? Ach so, das ist ein NPC. Kannst ja mal versuchen ihn zu töten. Ja, ne? Wird viel Spaß dabei. Ist hier vielleicht noch ne anständige Pistole? Ne, natürlich. Also Buggy? Nein, warte mal. Ich muss gucken. Noch ne anständige Pistole. Warum schießt ihr auf mich, Mann? Und wieder Minus Karma. Ja. Oh, ey. Ich muss da kurz was noch erledigen. Hast du ihn nicht gekillt oder hab ich ihn jetzt gekillt? Ich glaub, ich warte. Ich guck mal welche Waffe. Ich was. Ja. Hm. Hi, Rainer. Weg von mir. Ich muss da kurz was wegbringen. Ah, ok. Ich hole mir das kurz mal ab. Alter, das war ein guter Headshot. Hm, nice. Alter, wie viele Credits hattest du denn noch? Alle. Moment, ich muss mal kurz was kaufen. Ja, ja, schießt du mal daneben. Ja, ich weiß. Alter, ich hab zu viele Items. Was? Bist du denn? Bist du denn? Ich seh' ich gar nicht mehr. Woll? Hä? Ah, das. Da warst du. Ich, ich hab' die. Abgründe. Ach. Oh, jetzt hat er, ey. Im Ernst? Was bist du für ne Arsch? So. Das war ja mal cool. Hey, Ben ist da. Ähm. Ben ist da. Hallo, Ben. Achja, hey, Ben. Hallo, Ben. Tschüss, Ben. Nein, ist ne Eingangshalle. Holt bei Ben. Ja, ja, ich seh' die Eingangshalle leider nicht. Also da ist er nicht, aber in der Eingangshalle. Ja, ja, ja. Ja, dann sollte ihn irgendwer ziehen, denn sie sind. Ich bin doch schon dabei. Ich kann nicht raus wegen der Aufnahme. User was moved to your channel. Moin ihr Schlawiner. Hallöchen. Moin. Moin. Alter. Ralf, ich kill dich. Von wem? Bei wem? Von dir. Wie viele Punkte hab ich jetzt? Sechs. Oh Gott, der Reinhardt 31, ey. Ich bin Inno, ich bin Inno. Jetzt töte Minus. Jumping is fun. Sophie can jump higher, 70. Oh. Ich kann higher springen. Ich auch. Weeeee. Hallo. Wer war das A hier? Das war Epsilon. Na du, Baby, kennen wir uns doch? Verletzt du es mal? Diesmal stirbst du auch. Was ich nur interessant fand. Ich kill Ralf und hab danach erst mal vier Punkte. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Auch nicht verkehrt. Kann überhaupt einer nicht springen? Nein. Apropos, warum springt man so hoch? Äh, random art vom D2. Ein paar Leute können höher springen und ein paar können gar nicht springen. Der Buggy war hinter mir. Jetzt hat er gerade abgedreht, wo ich das erwähnt habe. Ja. Bei dem Getränkautomat aufgemacht hast. Ja. Wut. 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 Alles klar. Also ich glaube, es ist Buggy. Also mit einem Ducksprung kann man sich töten. Warum ist er in der Leiche? Mit einem Ducksprung kann man sich töten? Weil er hier Buggy war. Deswegen krieg ich da eine Leiche. Okay. Das geht das mega. Ja schau. Ja, rein mit einem Ducksprung kann man sich töten. Okay. Ähm. Epsi, warum bist du verbunden? Hä? Ach so. Wieso hat die keiner confirmed? Okay. Der tötet sich selbst. What the? Guck rein. Fagi. Guck rein. Guck rein. Guck rein. Boah. Guck rein. Guck rein. Boah. Reiner Zufall. Okay. Sehr schön Reiner. Und ich sag noch, das ist eine Deadwinger Leiche. Ja, das war meine, weil ich runtergefallen bin. Und der Buggy schrottet mich einfach wegwappen. Weil da direkt vor mir, wer runtergefallen ist. Ey, aber die war gar nicht so schlecht. Die hat euch ein bisschen verwirrt. Ja. Zwei Leute stehen da, einer überlebte, einer überlebte, der Traitor sei. Mich hat sie nicht verwirrt. Nur der Buggy. Und ja, das hat doch gereicht. Ja, das ist mal der Sinn. Boah, es hat uns noch was gezeigt. Rainer ist immer der Traitor. Ich bin Inno. Immer. Ja, genau. Immer. Ziggy war immer der Traitor. Auch wenn ich nicht Inno bin, ich bin trotzdem Inno. So. Sind ihn derzeit so viele gestorben. Boah, ich bin Dete. Warte, komm, NPC, bleibt mal stehen. Ja, ne, ich bin nur Inno. Schade. Ah, so geht das. Flous KS. Nein, ich habe eine Schrotflinte. Ich bin Inno. Achso. Das war gemeint. Siehste? 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 Das ist okay. Ja. 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 Der arme NPC. Nee, der NPC hat's nicht verdient. Insel. Ach, der NPC ist schon tot? Da sind wir gestorben. Muss mal kurz da durch. Ja. Ja, Rainer ist das. Ja, Rainer ist das. Das ist... Jetzt mal an. Ist doch hier nicht in Holland. Sch. Ich höre eine Bombe beim Traitor-Tester und da ist jemand bei dem Generator gestorben. Das ist auch nicht genauer, der war gut. Das ist eine Bombe beim Traitor-Tester, ne? Wo ist denn hier der Traitor-Tester? Ähm, hinter dem Bowling-Bahn, ganz rechts. Okay, gut. Weil ich gehe nämlich links lang. Flo ist Traitor, der hat mir eine Poster angepackt, als es an mir vorbeigelaufen ist. Ich will nur hier durch. Ja. Hat keiner gehört, ne? Flo ist Traitor. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, gut. Rainer ist mein... Ja, ne. Er hat gesagt Flo ist Traitor. Ja, du bist das Rainer, ich weiß es noch. Ich hab ne Plasma für dich. Ja, dann knall mich doch bitte ab, Dete. Wenn du mir ne Plasma anhaltst, hättest, dann schrotz ich dich weg. Ist mir scheißegal. Ich hab dir da drauf geworfen. Okay. Obwohl ich... Obwohl ich... Ich mein Q, ne? Naja. Rainer. Buggy lebt's noch? Buggy? Alles klar. Buggy ist tot. No Zap. Okay, was ist denn jetzt mit Buggy passiert? Okay, Ben kann's glaub ich nicht gewesen sein, weil der war die ganze Zeit bei mir. Ja, was? Oh, das... Hier vorne liegt ne Leiche, ne Unidentifikation... Ja, Dete. Ist der Dete gestorben? Ja, der ist tot. Wie das denn? Das... Warte mal. Armes Dete. Mit ne Explosion. Okay. Wo denn? Und hier liegt ja den Askenner, hier vorne. Hier liegen aber keine Fester normalerweise rum, das muss mit ner Torbe oder melden aus. Und hier liegt ja den Askenner. Merkwürdig. Hey Flo, ich hab... Wo liegt der denn? Erstmal für dich. Reiner Zufall. Ja, hallo. Keiner Zufall. Ich war das nicht. Du hast das gemacht. Okay, danke. Du bist der schlechteste, aber wirklich der schlechteste Schauspieler auf Erden. Das hat gereicht. Mit ner Schrotflinte hast du da wirklich verloren, ey. Ja, lief gut, oder? Was meinste? Wie wärs mit der Map? Ja, fand ich auch ganz gut. Kann ich durchschießen? Okay. Keiner lebt's wieder. Ja, ja. Sucht euch doch mal Maps auf, die man nicht hatten. Jetzt muss ich noch einer verabschieden. Oh ne, Pool. Oh ne, nicht Pool. Ich werfe Team Room. Yang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.